Rated K for Kaiserkatana. Kaiserkatana Produktion. Rated K for Kaiserkatana oder was? Boah. Ich krieg gleich einen von Epona. Ähm, was machen wir? Wir holen zuerst mal hinten Gerudo fest und das Herz ein. Sehen ob ich trotzdem einen Scheiß-Controller bekomme. Ja, komm, dann nehm ich dich mit. Wenn du schon auf dem Weg bist, Alter. Äh, mal da, Enderwagen brauch ich jetzt momentan eh nicht. So, da, da. Verpisst euch, Käfer, ey. So. Hallo. Ey. Link. Steig auf. Wundervoll. Jetzt hoffe ich nur, dass nicht noch ein zweites kommt. Weil das müsste ich jetzt wohl oder übel lassen. Hey. 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 Ach ja, stimmt, das wisst ihr auch noch nicht. Die Brücke ist repariert, dank unseren... Ah, Epona. Ne, nicht dank unseren Epona, sondern dank unseren... Die wir da befreit haben. Ist die Brücke wieder ein Stück. So, da läuft. Ähm, Herzteil, Eispfeile und nach hinten müssen wir. Ähm. Jetzt müssen wir überlegen, wie ich jetzt am geschicktesten die scheiß Eispfeile mache. Äh, die das Herzteil mache. Weil ich da ja auf den höchsten Platz kommen muss. Komm ich von hier aus, da komm ich hoffentlich dran. Das weiß ich nämlich jetzt blöderweise nicht, ob das der Endhaken schafft. Ja, schafft er. Super. Wow. Knapp an die Kante hätte ich nicht gekonnt. Ey, ne, jetzt. Ey, ist da jetzt nicht wahr. Jetzt muss ich doch echt hoch noch eiern. Oh, Mann. Es gibt mehrere Ideen, da hinzukommen. Die andere ist jetzt halt die kürzeste, wo ich jetzt schon eh bin. Dadurch, dass wir ja den tollen Gerudo-Pass haben, können wir uns hier eh frei bewegen. Oh, gehen wir nicht auf Eier. Herzlichen Glückwunsch, ey. Hast du prima gemacht. Komm schon. Komm schon. Bitte, bitte sag mir doch. Wie heißt die Band, die Party rockt? Deichkin. Toll, woher weißt du das? Hat dir vielleicht jemand Bescheid gesagt? Ja, da drüben der Typ an der Bar. Kann das vielleicht sein, dass es Philipp war? Musste jetzt einfach mal sein. So. Was? Blöd oder was? Jetzt kommt wieder mein verkrutzter Controller zum Einsatz. Klack. Du, 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 du Jetzt geht's ab. Klick. Auf geht's. Rein da. Fangen wir mal chillig an. Wir haben wieder Pfeile. Ich glaube, das war so eine Fake-Kiste. Ja. Kriegt man nicht gerade alles raus. So, warte mal. Dort brauchen wir noch... Mittels sind ja schon die... Dinger da. Gehen wir mal links rum. Da können wir am meisten kaputt machen mit. Ja, ja. Nur wenn du die Prüfung bestellst. Blablub. Besiege die Gegner in der Zeit. Oh, nee. Nee. Nee, die schon wieder. Komm schon. Abmachung. Jo, ich war schon da wie du. Scheiße auf die Nuss. Wir bekommen als Belohnung... ...einen kleinen Schlüssel. ...einen kleinen Schlüssel. Weiter geht's im... Oh, nee. Okay. Okay, das wird mal anders da angehen. Ein. ...einen. Zwo... ...drei... ...da kommen wir noch nicht hin. ...viel... ...iinen. Ganz blöd gefragt... ...wo ist ein 5? Schlecht Ist das blöd? Der war doch irgendwo oben bei so einem Stein Da ist er Zeitung, yes Schafft Komm ich da an das, ja Oh, fuck hier, Alter Jo Äh, hier Das ist wieder so ein sinnloser Raum, dann kriegst du wieder keine Kiste für Oh Ups Stimmt ja, ohne die ohne die Handschuhe krieg ich komm ich ja hier eh nicht weiter Weg Ey, du scheiße So So Das ist ja jetzt nicht wahr, oder? Jetzt aber! Okay, ist da! Ah ne, das ist die... Ach, super. Hinter dem Teil, wo ich schieben muss, ist das Dings. Das Mojana mit den Eisenpfeilen schon an die richtige Stelle kommt. Hat das Teil sich nicht von allein schon gedreht? Okay. Jörp. Und der letzte. Big Boomba. Ey! Ich muss das verarschen. Ich weiß nicht die snöderh conscience. Nichts! Bob Buchung. No Osman! Oh oh Thun! Und jetzt raus.